Kapitel 5 Tag für Tag Aufgabe 1b Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Wir erwarten heute Temperaturen bis zu 28 Grad. Kapitel 5 Tag für Tag Hallo, ich hätte gern einen Milchkaffee. Oh, hallo Carina. Hallo Ben. Na, das ist ja eine Überraschung. Oh ja, komm, setz dich doch. Aufgabe 2a Schneider? Hey Ben, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal, hm, am Sonntag, da will ich erstmal lange schlafen und dann in Ruhe frühstücken. Dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball und um eins treffe ich Felix und Susanne im Café Centro. Dann treffen wir uns doch am Nachmittag. Tja, also am Nachmittag gehe ich spazieren mit Carina. Und danach gehe ich noch mit Carina ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächsten Sonntag? Ja, tut mir echt leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also, dann bis nächste Woche. Aufgabe 4a 1 Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian. Aufstehen? Aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? Halb sieben. Na gut, ich komme gleich. 2 Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Ist nicht bald Zeit für die Frühstückspause? Echt? Oh je, es ist schon 5 vor 10. Super. Trinken wir einen Kaffee zusammen? 3 Wann beginnt denn das Seminar? Um Viertel nach neun. Wie spät ist es denn jetzt? Zehn nach neun. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. 4 Wo bleibt Moritz nur? Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? Um Viertel vor acht. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber ich... Aufgabe 5b 1 Es ist 14 Uhr. Hier ist Radio Hit 3 mit den Nachrichten. Berlin Die Bundesregierung hat entschieden, ab kommendem Jahr das Kindergeld zu erhöhen. Damit sollen vor allem junge Familien... 2 Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten... Intercity 2010 Richtung München um 13.10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn wird... Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16.15 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie uns doch bitte an unter der Nummer 89456789. 4 4 Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18.30 Uhr. Ah, das würde gut passen. Wie lange dauert der Kurs denn? 5 Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20.15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. Aufgabe 7b Musikschule Stadt Frankfurt, guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Hier ist Mara Dobat, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche nicht zur Musikstunde kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann morgen, also am Mittwoch, auch nicht zur Trompetenstunde kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer Pranger und Kulowicz informieren? Danke. Aufgabe 8 Hören Vater Treffen 4 Trompete Tochter Krank Uhr Büro Computer Aufgabe 12 Was machst du morgen? Hast du Zeit? Tut mir leid. Morgen kann ich nicht, da muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Gute Idee. Wann? Um halb 8? Halb 8 ist super. Aufgabe 13b 1 Spiegel? Guten Tag, Herr Spiegel. Hier ist Vellatan von der Praxis Dr. Schwarz. Guten Tag. Herr Spiegel, Sie haben einen Termin bei Dr. Schwarz um 10.45 Uhr. Es ist schon 10.50 Uhr. Ja, ich weiß. Entschuldigen Sie. Ich bin auf dem Weg. Binnen fünf Minuten bei Ihnen. Ja, ist gut, Herr Spiegel. Bis gleich. Bis gleich. Zwei Wo ist Frau Moser? Ich weiß nicht. Es ist schon 10 nach 9. Wir beginnen ohne Frau Moser. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Der Bus. Wir warten schon 10 Minuten, Frau Moser. Jetzt können wir endlich beginnen. Vier Wo ist denn Pia? Das Essen ist schon lange fertig. Ja, wirklich dumm. Ich habe Hunger. Hallo Pia, komm rein. Grüß dich, Lena. Entschuldigung, ich bin eine halbe Stunde zu spät. Es tut mir so leid. Ist schon gut. Ich hoffe, das Essen ist noch nicht kalt. Hallo Pia. Schön. Jetzt können wir gleich essen. Aufgabe 14a Guten Tag, Praxis Dr. Steinich, Svetlana Keller. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Mara Dobart. Ich hätte gern einen Termin. Können Sie am Freitag um 10.45 Uhr? Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Geht es auch am Montag? Nein, leider. Am Montag ist nichts frei. Mittwoch? Geht es um 11.30 Uhr am Mittwoch? Ja, das geht. Vielen Dank. Also Mittwoch um 11.30 Uhr. Wie ist nochmal Ihr Name, bitte? Mara Dobart. Danke, Frau Dobart. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören. Gut gesagt. Gehen. Wie geht's? Es geht mir gut. Es geht. Gehen wir am Samstag ins Kino? Ja, das geht. Geht's am Montag? Nein, da geht's leider nicht. Nein, da geht's nicht. Vielen Dank.